Hier haben wir eine Sellerie-Birnenschaumsuppe und der Küchenchef hat mir erzählt, dass es mit glasierten Maronen ist aus dem Berlipscher Schlosspark von glücklichen Maronenbäumen. Maronen aus dem Berlipscher Schlosspark? Von glücklichen Maronenbäumen. Es gibt hier tatsächlich welche. Ich habe sie früher gepflückt und auch gemacht. Mittlerweile tue ich das nicht mehr. Das mache ich tonnenweise und danach mache ich das weg.